Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Heute wollen wir uns eine neue Funktion ansehen und dazu habe ich auch eine neue Tabelle erstellt, weil irgendwie bin ich am Ende gewesen mit meiner Tabelle. Wir stellen uns folgendes vor, wir haben hier eine Partie an Leuten, ich wollte jetzt nicht weiterschreiben, es reicht, die haben alle kopiert. Die haben alle kopiert und jetzt möchte ich wissen, wie viele Kopierkosten sind denn da aufgelaufen. Wie viele Kopierkosten haben wir aufgelaufen? Das ist, pass auf, dann mache ich wieder eine Summe, haben wir gesagt. Summe ist gleich, fangen wir in meine Funktion an und dann klammern wir auf. 221,40 Euro, das ist die Annahme jetzt. Meine Annahme, 223,40 Euro, sind die Kopierkosten. Aber jetzt sind nicht alle Leute, ich bin der Chef von der Abteilung, stellen wir uns vor, ich bin der Chef und nicht alle von diesen Leuten sind bei mir, in meiner Abteilung. Jetzt können wir sagen, okay, Abteilung, und andere Abteilung, die sind bei der Chefpartie, das ist natürlich meine, Chefpartie, 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 andere Abteilung, andere Abteilung, andere Abteilung, der gehört zur Kalkulation, der gehört zur anderen Abteilung, der gehört wieder zur Chefpartie, denn Kalkulation, Chefpartie und andere Abteilung, das ist es. Jetzt möchte ich wissen, wie teilt sich das auf, auf die einzelnen Abteilungen? Hm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen will, ich will nur von der Chefpartie das wissen, nur von meiner Abteilung, wie mache ich das? Ich kann natürlich sagen, ist gleich das plus das plus das plus das plus das. 122 Euro, 122 Euro, 80 Euro, hat die Chefpartie rausgegeben. Dann schreibe ich vielleicht durch Gesamt her. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich sage, wie viel hat die andere Abteilung ausgegeben? Ah, 122 Euro, es geht nicht, es geht so nicht, deswegen gibt es hier eine Funktion, und diese Funktion ist gleich, also wir können auch wieder da oben anfangen mit den Funktionen, fangen wir vielleicht einmal so an, Summe, wenn, ist schon ausgewählt, warum ist das ausgewählt? Weil ich es relativ häufig verwende, weil die gefällt mir. Gefällt mir, okay, Bereich, da gibt es jetzt folgende Sachen da drinnen, es gibt einen Bereich, Achtung, das ist nicht der Bereich, den ich aufsummieren will, das ist der Bereich, den ich durchsuchen will, also das, die Abteilungen möchte ich durchsuchen, und die sind interessant für mich, ja, nach denen möchte ich das kategorisieren, ja, Suchkriterium soll hier drinnen stehen, okay, und Summebereich, machen wir das. Okay, 40,50 Euro, und wenn ich jetzt Chefpartie eingebe, 122,80 Euro, genau das gleiche, was ich gemacht habe, aber super, oder? Summe, wenn, heißt diese Funktion, also wenn im Suchbereich, klicken wir nochmal eine da, hier haben wir den Suchbereich, wenn im Suchbereich irgendwo das Suchkriterium vorkommt, dann wird die entsprechende, der in dieser Zeile, geht auch mit Spalten, so gescheit ist das, und jetzt kann ich das, was passiert jetzt, pass auf, jetzt machen wir A, Chefpartie und Kalkulation, und jetzt ziehe ich das runter, das funktioniert, ah, schau, haben wir nicht alles erwischt, schaut zwar so aus, wie es funktioniert, das sind gefährliche Sachen, deswegen muss man da immer ein bisschen reinklicken, und jetzt müssen wir überlegen, was wollen wir verschieben, was wollen wir verschieben, den Bereich, den blauen Bereich, wollen wir nicht verschieben, das heißt, das bleibt bei C, und bei Dollar 4, und bei Dollar 15, mit Dollar fixieren wir das ja wieder, den lilaen Bereich wollen wir auch nicht fixieren, das wird ja auch wieder niedergedollert, zusammengedollert, und das Rode können wir verschieben, passt, jetzt gefällt mir diese Formel schon wesentlich besser, ziehen wir nach unten, hat sich nichts geändert, aber es schaut besser aus, warum hat sich nichts geändert, das ist ja zufällig, wenn der das zum Beispiel in der Kalkulation wäre, der ist von der Chefpartie weggewechselt, der Herr Franz Berger, und die ist jetzt in der Kalkulation, und ich gebe die Dollarsnummer weg, weil jetzt müssten wir nämlich einen Unterschied sehen, nur dass wir auch sehen, nämlich manchmal macht man Föller und fällt gar nicht auf, pass auf, jetzt fällt er runter, jetzt hat die Kalkulation nur 58,10 Euro, warum, weil sie den Franz Berger gar nicht mit dabei hat, die Chefpartie, der Chefpartie fährt das nicht wirklich auf, weil da oben das, was fehlt, der gehört eh zu einer anderen Abteilung, oder die Dame gehört dann zu einer anderen Abteilung, die würde sowieso nicht in die Summe fallen, aber man kann Fehler machen, es funktioniert trotzdem, aber wenn es irgendwie anders ist, funktioniert es nicht, deswegen sollte man immer da irgendwie reinklicken, und sich das ansehen, wie das denn aufgebaut ist, und welche Bereiche, das wird ja von Excel sehr schön hervorgehoben, jetzt ziehe ich das runter, jetzt passt es wieder, weil jetzt ist die Summe, habe ich auch noch gleich hergezeigt, wenn man mehrere Felder markiert, sieht man rechts unten die Summe dieser Felder, das ist ganz angenehm, ja, das ist also Summe wenn, Summe wenn, wie viele Personen da drin sind, und so weiter, das werden wir das nächste Mal, das nächste Mal uns ansehen, wenn wir probieren, so Durchschnitte, Durchschnitte, durchschnittliche Kosten, nennen wir es, durchschnittliche Kopierkosten, pro Abteilung, Gesamt- und pro Abteilung usw. zu berechnen, ja, arithmetisches Mittel einfach, schauen wir, wie das funktioniert, für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen. und das erste Mal, Untertitelung des ZDF, 2020